Musik Weidmannsheil und herzlich willkommen zu unserer Unterrichtseinheit. Heute geht es um das Erkennen von Greifvogelpräparaten, speziell der einheimischen Greifvögel. Das ist Prüfungsinhalt der Jägerprüfung. Jeder zukünftige Jäger muss in der Lage sein, zumindest die einheimischen Greifvögel einmal am Präparat und auch natürlich draußen in der freien Wildbahn zu erkennen. Er ist der geprüfte Naturschützer draußen in Feld und Flur und muss hier in der Lage sein, fachkundig Auskunft zu geben. Deshalb schauen wir uns an, was wir an Präparaten heute hier mitgebracht haben. Wir haben eine Auswahl aus unserer Präparatesammlung hier aufgebaut und wollen uns die im Einzelnen anschauen und auf Unterschiede eingehen, auf Gemeinsamkeiten, um es dem zu Prüfenden zu erleichtern, das Präparat in der Prüfung auch unter Stresssituationen zu erkennen. Wir beginnen mit einem der größten Vertreter unserer Greifvögel, mit dem Seeadler. Hier sollte das Erkennen des Präparates und auch das Ansprechen in der freien Wildbahn relativ problemlos möglich sein. Allein aufgrund der schieren Größe ist hier eine Verwechslung mit anderen Greifvögeln fast ausgeschlossen. Eine Verwechslungsgefahr würde maximal bestehen mit dem Steinadler. In der freien Natur ist dies ausgeschlossen, da sich die Verbreitungsgebiete nicht berühren. Den Steinadler finden wir im Alpenraum, den Seeadler finden wir an den Küstengewässern. Der Steinadler ist unser stärkster Adler vom Habitus, der Seeadler ist unser größter Adler. Wir haben hier beim Seeadler auch mal ein Ei in der Präparation zugelegt, um auf die Besonderheit des Kainismus hinzuweisen. Ihr habt das alle in der Ausbildung mitbekommen. Steinadler legen im Normalfall zwei Eier mit einem gewissen Zeitversatz, sodass ein Küken zeitiger schlüpft als das andere, sodass von der Natur vorgesehen auch nur das erste Küken zur Aufzucht und zur Entwicklung kommt. Das ist eine Besonderheit, die wir hier beim Seeadler zu verzeichnen haben. Der nächste Vertreter unserer Adler, den wir hier haben, ist der Fischadler, den wir flächendeckend in Deutschland inzwischen wieder finden. Deutlich kleiner vom Habitus. Von der Ernährung her ist das bekannt aus den Vorlesungen in Wildbiologie. Er ernährt sich vorliegend und ausschließlich von Fischen. In der Gruppe würde hier jetzt noch fehlen der Schreiadler, der im Bereich Mecklenburg-Vorpommern vorkommt. Dazu haben wir leider kein Präparat. Wenn wir weitergehen, haben wir hier zwei Präparate, die den gleichen Vogel darstellen. Das ist der Habicht. Der Unterschied zwischen beiden Präparaten ist, wir haben hier einmal den Habicht im Alterskleid als Adultenvogel und einmal im Jugendkleid. Wir als Jäger und Falkner sagen dazu Rotvogel dargestellt. Der Unterschied macht sich fest an der Befiederung. Wir sehen beim Jungvogel, beim Rotvogel eine betropfte, eine tropfige Befiederung. Die Grundfarbe des Gefieders ist rot, da auch der Begriff Rotvogel her. Beim Altvogel haben wir eine Querbänderung, die mit dem Gefiederwechsel vom Jungvogel zum Altvogel einhergeht. Diese Jungbefiederung ist ein Erkennungsmerkmal, wie gesagt, für den Vogel im ersten Lebensjahr und verliert sich dann. Es ist eine gewisse Schutzfunktion, wenn dieser Vogel ausfliegt und in fremde Reviere einfliegt, dass das Standhabichtspaar dort erkennt, dass es kein Eindringling, der das Bruthabitat streitig machen will, sondern es ist ein Jungvogel, der mehr oder weniger seinen Platz im Leben noch sucht. Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal im Alter ist das im Alter zunehmend roter werdende Auge. Hier bei diesem Habicht ist es leicht angedeutet. Je älter die Vögel werden, desto roter wird die Iris, wird das Augenrot bis hin zu einem tiefen Kaminrot. Wenn wir weitergehen, haben wir hier ein Sperberpaar. Das Sperberpaar ist relativ nah verwandt mit unseren Habichten. Was hier beim Sperber ganz besonders auffällt, da wir beide Partner hier im Präparat sehen können, ist der Geschlechtsdimorphismus. Das ist eine Unterscheidung in den Körpermerkmalen, die wir auch bei anderen Wildarten schon kennengelernt haben. Wir haben hier den Geschlechtsdimorphismus einmal in der Größe. Das Weibchen ist deutlich größer als der Terzel. Deutlich heißt, der Terzel ist etwa ein Drittel kleiner. Daher kommt auch die Bezeichnung Terzel von Terzia ein Drittel. Und wir haben diesen Geschlechtsdimorphismus nicht nur in dem Größenunterschied, sondern wir haben ihn auch in der Färbung. Wenn wir uns den Sprint anschauen, so wird der männliche Sperber in der Jäger- und Falknersprache bezeichnet, sehen wir, wie gesagt, nicht nur den Größenunterschied, sondern auch die deutliche Rotfärbung im Brustgefieder. Die nächste Gruppe, die wir betrachten wollen, sind unsere Brussarde. Der erste Vertreter ist der klassische Mäusebrussard. Zusammen mit dem Turmfalken sicher unser häufigster Greifvogel, den wir draußen in der freien Natur beobachten können. Wir haben hier im Präparat dargestellt beide Farbmorphen oder beide extreme Enden dieser Farbvariabilitäten. Einmal einen sehr hellen und einmal einen sehr dunklen Vogel. Das ist eine genetische Variabilität. Wir haben alle Farbnuancen vorkommend. Das hat nichts mit Alter, mit Herkunft oder Ähnlichem zu tun, wie manchmal gemutmaßt wird. Das ist einfach eine Laune der Natur. Der nächste Vertreter der Brussarde, den wir hier sehen, ist unser Raufußbrussard. Der Begriff Raufuß sollte euch aus anderen Federvildarten bereits bekannt sein. Raufuß meint immer befiederte Füße. Daran ist er auch abgrenzbar sehr gut zu erkennen von den einheimischen Standardbussarden. Warum sage ich einheimischen Bussarden? Weil der Raufußbussard ein Zugvogel ist, der nur im Winterhalbjahr bei uns anzutreffen ist. Der nächste Vertreter ist der Wespenbussard. Der Wespenbussard ist ein Nahrungsspezialist, wie sein Name bereits sagt, der sich von Erdhummen, Wespen und Ähnlichem ernährt, die er durch Aufscharren, durch Ausgraben der Erdnester erlangt. Wenn man so einen Wespenbussard bei der Nahrungssuche mal beobachtet, das ist also nicht das Bild eines schneidigen Greifvogels, was man sich dort vorstellen sollte. Es erinnert eher an den Hahn, der auf dem Mist scharrt. Aber so ist sein Nahrungserwerb. Und daraus resultiert auch sein Zugverhalten. Im Gegensatz zu dem Mäusebussard, den wir ganzjährig bei uns im Biotop haben, haben wir den Wespenbussard nur im Sommer. Das ist eigentlich logisch, weil unter einer Meter Schneedecke er keine Nahrung finden würde im Winter. Also zusammenfassend gesagt, den Mäusebussard haben wir ganzjährig, wobei auch dort die Population mit Teilziehern von Ort zu Ort wandern kann. Den Raufußbussard haben wir als Wintergast und den Wespenbussard haben wir als Sommergast. Sehr häufig wird sowohl der Wespenbussard als auch der Raufußbussard nicht erkannt oder einfach als Mäusebussard abgetan. Hier im Präparat sind die Unterschiede recht deutlich. Ich weise nochmal darauf hin, Befiederung der Ständer hier. Und beim Wespenbussard, das Merkmal, die Eselsbrücke, ein gelbes Auge, ein honiggelbes Auge von den Erdbienen. Der Honig findet sich hier wieder. Er hat auch eine andere Kopfform. Ich sage den Leuten immer, wenn ihr es im Präparat seht, erinnert ein wenig an einen taubenartigen Kopf. So sollte im Präparat die Unterscheidung möglich sein. Wir sehen den Wespenbussard sehr häufig, Ausgang des Sommers, in großen Schwärmen, sich zum Zug sammeln. Das sind dann meistens, wie gesagt, Wespenbussarde, die bei uns nicht selten sind, aber eben sehr häufig nicht als solche angesprochen werden. Die nächsten beiden Vertreter haben wir hier. Das sind unsere Nieder.